Wir haben 5.900 Credits Reserven, das bringt uns allerdings noch gar nicht so lange, die noch unter 10.000 sind. So, wir haben jetzt nur eine weitere Mission zur Verfügung, also gehen wir da weiter. Wir haben später ein bisschen mehr zur Verfügung, was wir dann insgesamt machen können. Sie haben hier nichts verloren, Gaijin. Das ist etwas zwischen Kenji und mir, verstanden? Also mischen Sie sich nicht ein. Ja, wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, würden Sie mir aus dem Weg gehen. Nur zu, laufen Sie weg. Neue Bauaktion wird gebaut. Ich spaß mir mal auf, was wir hier machen. Wir schauen uns hier erstmal die letzten Massaker hier zu. Ich glaube, Kenji hat gewonnen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Ich glaube nicht, dass ich zu irgendwas hinfahre. Es kommen ja so, würden wir uns die ganzen schönen Bumm-Bumm-Sachen. Bei Gefechten, die länger dauern, gehe ich auch hin und wieder mal auf. Wird gebaut. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Bin schon unterwegs. Prospektor bereit, Sir. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Machen wir uns gleich ein bisschen mehr von dem Zeug hier. Wird gebaut. Das Schöne an der ganzen Mission ist, solange ich mich nicht in den Kampf einmische, lassen, die mich in Ruhe. Das heißt, ich kann in aller Ruhe hier mein Zeug aufbauen. Neue Bauoption. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Sofort! Soll ich mich ein bisschen umsehen? Prospektor! Das Wasser ist sicher warm. Wird gebaut. Ausbildung. Und so lange können wir uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir die ganzen Erzraffinerien, die wir hier außen rumstehen, wir setzen. Also wie diesen Erzraffinerien. Okay, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich Tarts was bauen kann. Okay. Der Erzraffort verobert. Zu viele Sachen kann ich aktuell eh nicht wirklich bauen. Später. Wieso schreiben mich gerade jetzt die Leute auf Facebook? An den ganzen Tag haben sie Zeit dafür. Äh, wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Also einen Moment, ich muss jetzt hier doch mal kurz kurz schauen, wenn er mich da angeschrieben hat. Ich vollziehe mal ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Und dann kann es auch schon weitergehen. Wird gebaut. Unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Sie müssen erst mal ein Kraftwerk zwischenbauen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Was macht denn der mit seinem Generator hier? Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Unterbruch abgebrochen. Sobald die ganzen Erstrampen haben, dann mal stehen. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Unterbruch abgebrochen. Prospektor bereit, Sir. Schöner Tag heute. Großartige EG. Bau abgeschlossen. Schöner Tag für einen Ausflug. Wird gebaut. Wir kämpfen sich hier weiter noch gegenseitig. Hier haben wir uns auch direkt die ganz neuen Einheiten, die Archer melden. Das werden hier auch gleich die Special abilities von Leben schön drin. Bau abgeschlossen. Archer Maiden sind mehr oder weniger die ganzen, äh, ja, Anti-Flug-Infanterie-Einheiten, die die, äh, die das Reich vorher nicht hatte. Der Erdabort verkauft. Jederzeit. Jetzt geht er wirklich weiter. Er Selected. Der Erdabort. Präzisionsangriff bereit. So, den haben wir bald. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ausbildung. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Umgebung sichern. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Wird gebaut. Bereits, Herr. Wo ist das Problem? Bauarbeiten laufen. Javelin einsatzbereit. Wird abgeschlossen. Neue Bauoption. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Javelin einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Javelin einsatzbereit. Panzer kann man nie genug haben. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Gibt da später noch so eine witzige Mission, da darf man nur die Panzer benutzen. Das finde ich an diesem ganzen Modus sowieso so witzig, dass es hier auf vielen Karten einfach ein paar extra Spielregeln gibt, auf denen man sich halten muss. Es gibt zum Beispiel mal Missionen, da darf man keine Lufteinheiten benutzen. Dann, es gibt Missionen, da darfst du nur die, das ist ein Mission, da darfst du nur die drei Standardpanzer, also Tsunami, äh, Guardian und Hammerpanzer benutzen. Und dann gibt es auch eine Mission, da darfst du nur Infantrieeinheiten benutzen. In irgendeiner darfst du so viele Kommandoeinheiten bauen, wie du lustig bist. Was ich auch ganz witzig finde. Das ist lediglich nervig, weil man dagegen, äh, reicht aufgehend, sondern spielt und die Riefe ziemlich, äh, stark ist, wenn man mehrere von denen haben kann. So. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bauarbeit gelaufen. Ich glaube, ich komme hier dann einfach von beiden Seiten. Bereits, wo ist das Problem? Meine Rohstoffe muss ich mir jetzt sowieso keine Gedanken mehr machen. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Prospektor einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Die Ressourcen gehen immer noch nach oben. Obwohl ich gerade am Gebäudebaum bin. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Okay, wen soll ich zuerst abholen? Oh, da ist es mit der Nase. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Bereits, wo ist das Problem? Okay, wen soll ich zuerst abholen? Bau abgeschlossen. Bereits, wo ist das Problem? Ausbildung. Guardian-Panzer einsatzbereit. Bereits, wo ist das Problem? Okay, wen soll ich zuerst abholen? Bereits, wo ist das Problem? All das Problem. Guardian-Panzer einsatzbereit. Guardian-Panzer einsatzbereit. Bereits, wo ist das Problem? Verstanden? Bin hier, falls Sie mich brauchen? Guardian-Panzer einsatzbereit. Guardian-Panzer einsatzbereit. Bereits, wo ist das Problem? Javelin einsatzbereit. Guardian-Panzer einsatzbereit. das problem wo ist das problem einsatzbereit einsatzbereit erst einsatzbereit das heißt ich werde zuerst einsatzbereit ich schnapp hier mal alles was ich bis jetzt habe und mach hier mal einen aggressiven Angriff bis jetzt einsatzbereit 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 wo ist das problem einsatzbereit einsatzbereit sie haben die ordnung dieser schlacht durcheinander gebracht hatte ich sie nicht gewarnt ich fürchte ich muss sie bestrafen einsatzbereit 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 Ich weiß nicht, was wir da verspalten haben. Ja, der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt. Der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt. Der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt. Der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt, der Eintritt. Sie haben nicht gewonnen. Shinsu hatte mich schon geschwächt, bevor sie auftauchten. Nächstes Mal wird es anders laufen. Die ersten Provisionen sind alle sehr schön einfach. Das war 4 Minuten über der Vorgabezeit, aber ich habe ja gesagt, wenn ich hier auf Vorgabezeit gespielt hätte, hätte ich das sowieso von Anfang an etwas anders angehen müssen.